Hallo Leute, ich wollte mit euch die Trend News Box aufmachen. Wie versprochen, drehe ich heute das Video. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Ich muss das erst noch tun. Das ist jetzt anders verpackt als sonst. Vorher ging das ein bisschen einfacher. Hier wieder so viel Strohzeug. Dann haben wir hier zuerst Ananasrollen. Die werde ich glaube ich verschenken, weil ich darf keine Zitrusrüchte im Moment essen. Dann sagen wir Sanella Backen ist Liebe. Jetzt backen und gewinnen. Juhu, zum Backen. Ja, das kann ich gut gebrauchen. Dann haben wir hier Kochgenuss pur. So eine Spaghetti Bolognese Maxifix. So 25 Gramm. Und was mir entgegenkommt, weil ich im Moment wegen dem Magen so viel Tee trinken muss und auch trinke. Das ist super, super gut. Mousse Zauber. Für mich Mousse Ideen. Okay. Ich habe immer noch diese Mousse von letztes Mal. Dann haben wir hier so ein komisches Trending. Trending, Trending, Trending. Das Magazin. Was haben wir hier? Trüffelöl. Olivenöl mit weißem Trüffelaroma. Kann ich auch gut gebrauchen. Dann Tortina Weiß. Schokolade. Dann ist hier fröhliche Weihnachten. Eine CD. Eine CD ist hier drinne. Ist ja cool. It's Xmas time. Good times. Get here. Power of Loves. Stille Nacht. Es ist ein Ross in Sprung. Schneeflöckchen. Saints. Seance. Bions. Ach keine Ahnung. Ganz unten ist der Zettel. Und dann haben wir hier Edelbitter Rezeptur. Irgend so ein Schokoladen Ding. So ein Kakao mit 75% Kakao. Öddinger Weißbier alkoholfrei. Darf ich aber nicht trinken. Das ist doch gemein. Und das war's. Das war's. Okay. Also. November Motivation. Die Ananasrollen kosten 3,29. Sind 150 Gramm. Gibt's seit August 2014. diese Schokolade. Rausch. Plantagen Schokolade. 90 Cent. Sind 40 Gramm. Und kostet... ...ähhhhh. Und gibt es seit Oktober 2014. diese schokolade in weiß die hatte ich schon mal die hatte ich auch schon mal in der box drin gehabt aber ich glaube die war da dunkel auf jeden fall kostet die 179 sind dreimal 21 gramm drin und gibt seit januar 2014 dann haben wir das trüffelöl kostet 349 125 mille gibt seit märz 2009 muss zauber 129 sind zweimal 40 gramm drin und gibt seit april 2014 sandella ist liebe nein backen ist liebe 169 und 500 gramm das öttinger weiß bier alkoholfrei kostet 39 cent und ist ein halber liter und dann haben wir den den tee 2 euro 29 sind 20 beutel drin und gibt seit september 2014 er ist super und dann die soße magi fix kochgenuss pur 1 29 zweimal 25 gramm ok man kann das wohl auch für spagetti bolognese benutzen und dann musik na man kann ja auf jeden fall musik bestellen ja habe ich das bier schon gesagt ja habe ich schon ok an angeblich ist die box ja größer geworden und mehr drin jetzt weiß ich nicht müsste mir jetzt noch mal ein video von den anderen boxen angucken ob da wirklich mehr drin ist aber ich bin eigentlich ganz zufrieden außer dass ich die ananas rollen wahrscheinlich morgen verschenke und gar nicht also selber essen weil ich darf die gar nicht essen im moment und eigentlich darf ich auch sogar keine ananas mehr essen glaube ich naja ansonsten bisher auch alles für mich außer das bier oder ich trinke es trotzdem aber dann kann es sein dass ich bauchschmerzen krieg ich weiß nicht ich weiß es nicht naja das war's dann von mir ich will heute nicht so langes video machen mir geht es immer noch nicht besser und nicht gut wir sehen uns wahrscheinlich im neuen jahr ich weiß ich weiß es kommt noch eine brennungsbox eventuell schaffe ich es ja und filme die ab ansonsten sehen wir uns erst im nächsten jahr und dann wünsche ich euch schon mal jetzt frohe weihnachten und einen guten rutsch ok tschüss